Hallo zusammen, neues Video. Anlass des Videos ist es, ich hatte vom Dallinchen ein Päckchen bekommen. Ich hatte mich an ihrem Gewinnspiel beteiligt, indem ich ein Kommi unter ihren Naschkatzen Video gesetzt hatte. Und war natürlich prompt bei den Gewinnern, wie sich das gehört. Und nun ist das Päckchen da. Danke Dallinchen, danke DHL, dass euch schon mal Heid angekommen ist. Aber das erzähle ich euch andermal. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Ich bin aufgeregt. Ich weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Aber nicht alle von euch werden das Video von Dallinchen gesehen haben. Deswegen zeige ich es euch auch nochmal. Ich gucke es auf. Okay. Ich bin so aufgehögt. Man gewinnt ja nicht alle Farbe, ne? So, jetzt ist es. Ich schaffe es nicht. Jetzt hat es. So, dann haben wir das auf. Jetzt gucken wir mal. Nicht lunschen. Aber zuerst mal haben wir eine Karte. Dies von der Annette. Hallo Dirk. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Verkosten. Manches ist nicht so lecker, wie es aussieht. Liebe Grüße, Annette. Und dann haben wir hier ein Pudding. Und dann haben wir das, wie Dallinchen sagte. Bin ich ja gespannt. Lecker Seetang. Müß ich euch eine Daumen nochmal fragen, was man damit macht. Lecker Käfee. Käfee, Krimelmonster. Das weiß ich noch aus dem Video. Das ist eine Trockenfirme. Das sind Wasabi-Kräcker. Ich mag Wasabi. Unheimlich. Lecker Gummibierchen. Ja, ich kann es jetzt nicht genau definieren. Überraschen lassen es dann kosten. Ebenso. Das war was mit Müssen. Schauen wir mal. Lecker Schokolade. Äh, ich glaube, schaummäßig irgendwas. Müssen wir sehen. Äh, ja, äh. Die Tür. Muss man sehen. Einen Löffel. Und noch was zum Knabbern. Katze, gucke ich sie. Und noch was zum Knabbern. Und das waren die Blättchen. Ja, muss man sehen. Kann ich jetzt am besten kosten. Aber ob ich euch das im Video gezeigt, das wage ich zu bezweifeln. So, das war's. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen. Italienchen, ganz vielen Dank. Ich werde natürlich alles probieren. Und wir sehen uns mal in einem der nächsten Videos wieder. Würde mich freuen. Schreibt mir in die Kommisse. Liked. Bye. Danke. Wir sehen uns. See you as. Höre. Untertitelung des ZDF, 2020